Herzlich Willkommen, Benediktelt von der Redefabrik hier und heute möchte ich dir meinen kleinen Impuls zum Thema Persönlichkeitsentwicklung geben. Kein neues Wissen, keine neue Strategie, keine neue Punktliste, die du abarbeiten kannst, sondern einfach einen kleinen Impuls zum Thema Charisma. Denn gerade in den letzten Videos habe ich ja gesagt, dass ich wirklich glaube, dass jeder Mensch charismatisch ist, im Kern. Das sieht man daran, dass Kinder absolut charismatisch sind und die Aufmerksamkeit von allen in ihren Bann ziehen können und damit auch andere Leute begeistern können. Und ich glaube nicht, dass jeder charismatisch werden kann, im Sinne von Bühnenredner zu werden oder Schauspieler zu werden oder was auch immer. Dass aber jeder irgendwelche Gaben hat oder irgendwelche Talente hat oder irgendetwas in sich trägt, dass wenn er es nach außen zeigt und da seine Leidenschaft, seine Begeisterung für nach außen zeigt, dass dann andere Leute ihm zuhören und da er auch eine charismatische Ausstrahlung hat. Und das möchte ich verknüpfen, heute nicht mit einer Buchempfehlung, sondern mit einer Eventempfehlung. Denn ich werde am 7. September, also ist noch einige Zeit hin, aber ich sage dir ja gleich, warum ich es heute besonders noch mal ankündige, beim Marketingfest von Manuel Gonzalez mit dabei sein und gerade bei einer Abenddiskussion, bei einer Podiumsdiskussion mit dabei sein am Samstag. Schaust dir also gerne mit an, wenn du Lust hast, nach Offenbach zu kommen. Dort werden wir in der Stadthalle sein und das ist wie gesagt am 7. September. Heute kannst du und morgen auch noch bis 24 Uhr die Tickets günstiger bekommen, deswegen sage ich es auch direkt heute. Und empfehle ich dir sehr, dort vorbeizukommen, wenn du etwas zum Thema Businessaufbau und Online-Marketing lernen möchtest. Daniel Aminati wird beispielsweise auch da sein und ich werde dann bei dieser Abendpodiumsdiskussion ein bisschen reden über die verschiedensten Themen, beispielsweise auch mit geschätzten Kollegen wie dem Julian Backhaus vom Erfolgsmagazin. Schaut also gerne mal rein, ich verlinke es dir unten in der Videobeschreibung. Und zum Thema Selbstverwirklichung kann ich dir da einiges sagen. Wir alle haben diesen inneren charismatischen Kern. Die Frage ist nur, wie kannst du ihn nach außen zeigen? Und ich weiß, dass gerade bei diesen Themen singen, ich kann aber nicht so gut singen. Und es muss ja auch nicht singen sein, aber wenn du sagst, du hast Spaß am Singen, dann probier es doch einfach mal aus. Nehmen wir es als klassisches Beispiel. Du sagst, du kannst nicht so gut singen, aber mir macht es irgendwie Spaß. Oder du kannst nicht so gut malen, aber mir macht es irgendwie Spaß. Oder ich liebe es zu programmieren, aber ich bin nicht gut genug, das jetzt irgendwie professionell zu machen. Oder auch irgendwie so eine Sache, ich habe aber Angst, damit nach außen zu gehen. Ich sage dir, probier es doch einfach mal aus. Denn erstens, du selbst wirst erfüllt und glücklich sein, wenn du in deiner Leidenschaft etwas machst. Das ist bei mir genauso. Ich stelle mich hier vom Bücherregal bei den Temperaturen hier hin und sage dir was zum Thema Selbstverwirklichung, weil das mich inspiriert und weil ich es liebe, andere Leute damit inspirieren zu können. Und deswegen, ich empfehle es dir nur, weil dann im Endeffekt etwas Großes entstehen kann oder es eventuell du nur für dich alleine machst, was beispielsweise den einen Vorteil hat, den ich gerade schon gesagt habe, und du einfach selbst dabei mehr in die Verwirklichung reinkommst, dass es dir viel Spaß macht und zusätzlich du damit eventuell andere noch begeistern oder inspirieren kannst, dass sie genau das Gleiche machen. Oder beispielsweise auch anderen Leuten damit zu helfen. Und sei es die Musik, die irgendwie anderen hilft im Sinne von positiven Emotionen, die sie auslöst. Oder einfach neues Wissen, das du vermittelst. Oder einfach, wie gesagt, nur für dich im kleinen Kämmerlein. Und ich weiß, dass gerade wenn super viel anderes los ist oder wenn du gewisse Selbstzweifel bei dem Thema hast oder die Gesellschaft oder andere Leute von außen dir sagen, ah, was soll denn das werden und so weiter, dass man dann Angst hat, diesen Schritt zu gehen. Ich sage dir, heute kein neues Wissen in diesem Video, keine neuen Tipps, sondern einfach den Appell, geh diesen Schritt und mach es. Denn dann kommst du in die Persönlichkeitsentwicklung, in die Selbstverwirklichung rein. Und das kannst du dann natürlich eventuell, langfristig gesehen, auch als Business machen. Also tatsächlich auch dein Geld damit verdienen und es noch professioneller so machen. So habe ich es gemacht. Und das ist auch einer der Hauptpunkte, die dort beim Marketingfest vermittelt werden. Wie du das, was du sowieso schon hast und nach außen bringst, durch Marketing noch mehr rüberbringst und daraus ein profitables Business aufbaust. Ich empfehle es dir sehr, diesen Schritt zu gehen und wie gesagt, manche Leute wollen da unternehmerisch denken, andere Leute wollen es nur für sich machen. Aber wichtig ist, lebe deine Leidenschaft in gewisser Weise. Und so abgedroschen es klingt, viele Leute trauen es sich einfach nicht und machen es einfach nicht. Ich würde mich extrem freuen, wenn du jetzt in die Kommentare mal reinschreibst. Was ist deine Leidenschaft? Lebst du sie vielleicht schon aus? Oder sagst du, ganz ehrlich, selbstreflektiert, Ja, also ich habe früher schon super gerne Musik gemacht, aber ja, jetzt habe ich es in letzter Zeit ein bisschen schleifen lassen und zurzeit mache ich es eigentlich gar nicht so wirklich. Und nimm es vielleicht als kleinen Impuls, es wieder anzufangen oder was Neues auszuprobieren, wenn du sagst, du hast es noch nicht genau gefunden, was deine Leidenschaft ist, was dir besonders viel Spaß macht. Ich freue mich extrem auf deinen Kommentar, schreibe ihn gerne unten rein und schau wie gesagt auch sehr gerne beim Manuel González Marketingfest vorbei. Empfehle ich dir sehr, wünsche dir noch einen schönen Tag und viel kommunikativen Erfolg.